Dr. Barton sah sich wieder in seinem leeren Büro sitzen. Gordons Glas stand noch auf dem Couchtisch innerhalb der Sesselgruppe seines Zimmers. Die Lichtstrahlen, die das Fenster hereinströmen ließ, versuchten sein Gesicht im Glas wie auch in der Glastischplatte abzubilden. Barton vermied diese Spiegelbilder, die die Natur ihm aufzuzwingen versuchte, ohne ihn zu fragen. Der Sessel, in dem er vorhin noch saß, war nun leer. Aber das Problem war immer noch in seinem Kopf, als ob Gordon immer noch in seinem Sessel sitzen würde und sagen, dass wir diese Selbstbestimmung nicht zulassen dürfen. Um keinen Preis. Es gibt sonst kein Zeug mehr. Gordon machte heute einen fast hilflosen Eindruck. So hatte er ihn schon lange nicht mehr erlebt. Aber wenn er sich selbst ehrlich hinterfragte, ging es ihm nicht anders. Er spürte, dass Gordon zu schwach war. Seine Beziehungen als Staatssekretär in Richtung Parlament waren zwar gut, aber er war nicht nachhaltig genug. Barton entschloss sich, direkt Kontakt mit Stan aufzunehmen, auch wenn das Gordon gegen ihn aufbringen würde, wenn er es erfährt. Ja, sicher würde er es erfahren. Barton scrollte eine Namensliste herunter und fand die Nummer von Matthew Stanek Morrison, den alle Stan nannten. Es war jetzt kurz vor 15 Uhr, ein guter Zeitpunkt, ihn noch unter geschäftlichen Bedingungen zu erreichen. Barton zögerte nicht, griff sein Telefon und tippte die Nummer ein, die noch nicht gespeichert war. Es war sein erster Anruf. Sein erstes Gespräch mit Stan. Als der Rufton verstummte, meldete sich Stan. Gordon hatte schon oft von Stan erzählt. Barton wusste, dass er sich nicht lange mit Floskeln aufhalten sollte, da Stan solche Gespräche in der Regel einfach abbricht. Mr. Morrison? Gut, dass ich Sie erreiche. Hier spricht Dr. Edward Barton, Klinikumzentrum West. Jordan war heute Mittag bei mir. Erstmal ein Informant. Ah, der Herr Baron. Gordon war heute nicht sehr erfreut. Ja, ich musste ihm leider Neuigkeiten mitteilen. Es sieht nicht gut aus. Barton versuchte durch hilflos wirkende, gespielte Naivität, Stans Redefluss weiter zu aktivieren. Was ist denn passiert? Die Orgas, die Organisationen, die auf unserer Seite waren, geraten massiv unter Beschuss. Es geht um die Forderung für Selbstbestimmung. Geschlechtliche Selbstbestimmung. Stan wollte sich versichern, ob Bartons Naivität nur rhetorischer Art war. Sie wissen, was das bedeutet, Herr Baron? Barton wurde jetzt persönlicher, kurz und direkt. Ja, Stan! Herr Baron, der globale, anthrozentrisch-soziokulturelle Habitus wird redefiniert. Damit fällt unsere Definitionsmacht, unsere Deutungshoheit. Wir verlieren Kapital in allen Bereichen, ökonomisches, soziales, kulturelles, direkt an den Gegner. Schlimmer noch, wir verlieren unsere darwinistisch geprägte Argumentationsbasis. Warum Männliches auch in einer höheren Zivilisationsstruktur dominant sein darf. Stans Stimme wurde am Schluss seines Berichtes lauter und vehement. Wir verlieren die gesamte Konstruktion. Dein Geschlechtswissen, was du über dich hast, ist eingeboren. Barton wiederholte seinen letzten Satz, der emotionslos klang und eher ein Zeichen war, dass er noch zuhörte, als dass er Sinn ergab. Ja, Stan! Herr Baron, Sie wissen genauso gut wie ich, dass unsere medizinisch gestützte Argumentation eine Lüge ist. Das wissen auch unsere Gegner. Aber anstatt sie sich an unsere Machtstrukturen, unseren Lobbyverbänden reiben, unterwandern sie diese einfach. Interessieren sich nicht dafür, sondern argumentieren mit Humanismus. Das entwaffnet unsere Strategie, führt zu einer beliebigen Identität und in deren Verständnis beliebigen Geschlecht. Auch wenn dieses nur anfänglich auf sozialer Ebene im Diskurs bisher verhandelt wird, ist das bereits der Zusammenbruch. Und ist dies vollzogen, werden sie mit Biologismen uns den Rest geben. Wenn wir bereits am Boden liegen und sämtliche Vernetzungen und Strukturen sich dieser neuen Geschlechtsdefinition gebeugt haben. Allen voran die Medien. Sollten wir sie als Verbündeten verlieren, verlieren wir unsere Macht. Dein Geschlechtswissen, was du über dich hast, ist eingeboren. Ja, Sten, unsere Abwehrmechanismen gegen fundierte Ergebnisse der Hirnforschung werden dann auch kollabieren. Ich bekomme jeden Tag Ergebnisse geliefert. Meine Stellungnahmen dazu muss ich vertagen. Es werden jeden Tag mehr. Wenn das Beliebigkeitsgeschlecht kommt, Herr Baron, verlieren wir unsere Verbündete. Die Pharmaindustrie. Der Bedarf am Psychopharmaka wird drastisch zurückgehen. Dazu kommt, dass keine moralische Hürde mehr existiert. Durch die Entpathologisierung. Die Hürde, die uns vor hohen Fallzahlen schützt. Es kommt zu einem Outing. Unseres Konstrukts. Barton wurde wieder förmlicher. Mr. Morrison? Jordan wird mir weiter berichten. Behalten Sie bitte vor allem den radikal-feministischen Diskurs im Auge. Hier werden sich auch wieder Gruppierungen zusammenschließen und sich gegen das Konstrukt formieren. Wir werden dann in die Zange genommen. Barton hatte keine Lösung von Stan erwartet. Sein Ziel war es, den Lagebericht von ihm direkt zu hören und auch strategisch Einfluss zu nehmen. Besonders ein Hinweis auf die Gefahr des nun neu zu definierenden Feminismus war ihm wichtig. Ja, Herr Baron. Ich konnte auch schon Veränderungen registrieren. Ich werde meine Untersuchungen im feministischen Feld vertiefen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag, Mr. Barton. Stan wartete keine Abschiedsfloskeln mehr ab. Barton legte sein Telefon neben seinen Aschenbecher. Also doch, das zeichnet sich ja schon seit Jahren ab. Der Untergrund hat weitergearbeitet und bricht jetzt unvermittelt ein. Ich muss Braunstein aktivieren. Die Medien müssen neu justiert werden. Wenn die Medien fallen, ist das Konstrukt am Ende. Dein Geschlechtswissen, was du über dich hast, ist eingeboren.